Man sieht dich nicht. Achso, ich kann es noch ein bisschen nach... Nach da machen. Ich kann es ruhig ein bisschen weiter von mir weg. Gerade eben war die Kamera besser. Ja, so. So ist gut. So. So ist es gut. Perfekt. Perfekt. So. Perfekt. Perfekt. Schlag ein. Nachdem es ein bisschen gedauert hat, geht es jetzt weiter mit Outlast. Outlast. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Aber Perfekt ist das auf der Fassung. Mal zu sehen. Ciao. Ah. Die Spannung steigt. So. Müssen wir mal ein bisschen gucken, was Sache ist. Da waren wir schon geliehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich hoffe nicht. Sind wir hier stehen geblieben? Wo waren wir denn? Ja, stimmt. Da war doch der Heizungskeller. Doch, 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 doch. Das war richtig. Achso, ja. Wir sind aus dem Keller gekommen, weil das Licht oder der Strom abgeschaltet worden war. Genau. Nach rechts, meinst du, Katze? Okay, dann gehen wir nach rechts. Was war denn eigentlich nochmal unser Missionsziel? Äh, da steht, glaube ich, nur auf die Option. Entschuldigung. Wenn du auf die Option gehst. Und dann, äh, ne, Entschuldigung, auf das Touchpad. Nein. Das sind die Notizen, das sind die Dokumenten. Da steht, da oben steht auch das Ziel. Kehre zum Sicherheitstermil. Ah, okay, wo war das Sicherheitstermil nochmal? In Wien. Achso, wir müssen das aktivieren. War das nicht hier irgendwo? Ne, das war, glaube ich, auch gegenüberliegen, oder? Ne, war das doch, doch, das war der Punkt, brauche ich, oder? Da ist schon zu. Oder hier, ist das vielleicht hier? Nein. Das ist auch nicht. Sam? Nein. Guck mal, da, wo der Rollstuhl war. Da, wo der Rollstuhl war, guckst du mal. Rechts. Warte mal, was steht denn auf der Platte drauf? Wie, weiß ich. Security room. Security room, also. Och, nein. Die Bilder sind so schrecklich aus. Guck dir mal an, ey. Alleine deswegen, wenn ich da eingewiesen worden wäre, wenn ich solche Fotos habe, würde ich sagen, hallo. In welchen, in welchen Zeit, alter Spielberg, schittert das, das war ich nur eigentlich, nee, ne. Obwohl er wohl E-Mails, Internet gibt's, also ich denke, man ja jetzt halt. Also, ich glaube, in den Dokumenten stand irgendwas von den Zeiten. Kater. Runter. Tut mir leid, wir haben gerade ein kleines Problem mit der Katze. Ich kann leider nichts sehen, weil hier steht auch Security. Ach, guck mal, den Schatten machen. Der Schatten. Hier, der ist der Security room. Dann geh doch mal da rein. Ja, ich weiß, was passiert. Ist das, müssen wir das nochmal machen? Das haben wir schon gemacht, oder nicht? Oh Gott. So, guck mal, die Augen und, ja, deine Zähne, so ganz gelb. Ja, haben die denn da kein, ja, Zahnweiß, also, ne? Das macht er sowieso nicht. Boah, was war das für ein Zeug? K.O.? Ich denke, ich war noch K.O. Spritze. Ja, K.O. Spritze, ja. Guck mal. Na gut, dann bleibt immer da. Na, aber klar, die Kamera ist mit dabei, ne? Es ist so logical. Die Kamera ist mit dabei. Oh, schick mal, rest in peace, rest in peace. Benny. Welcher Benny? Benicio del Toro. Ich wollte mich nicht. Kannst du aber. Ja, ich wollte nicht. Ich wollte, das ist, wenn man, oh, das ist, wenn man mal eine Weile nicht gespielt hat. Ich zeichne das mal alles auf für die Nachwelt. Also, ja gut, okay, nachwelttechnisch. So, das ist Train-mäßig. Ja, nun gut, die Welt draußen ist ja intakt. Es geht ja nur, was da in den Räumlichkeiten passiert. Das ist ja nicht so, wie bei... Hab eh nie verschrungen. Mein Gott. Ich denke mal, von der Lautstärke ist das okay, denke ich mal. Ich bin Peti-Geschichte. Ja. Warte mal, wir haben doch jetzt... Oh, Gottchen. Notizen gemacht. Vater Martins Fell. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem was zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als zehn Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Tja. Was man nicht alles für eine tolle Hütte zieht. Mit mir, ich werde mich auch gucken. Guten Tag, mein Name ist Barbara Elichmann und ich bin hier live in der Nervenheileinsteiger zum Abend. Lieber Gott. Lass mich hier raus. Was habt ihr denn, was habt ihr denn mit denen gemacht da, ha? Irgendwas hört sich hier ganz krummig an. Aber ist dir aufgefallen, die tragen ja alle Glatzen irgendwie, ne? Mhm. Auch der Dicke. Aua, 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 Aua. Das tut doch weh, Mann, Kumpel, ey. Oh, wir müssen hier raus, ehrlich. Ganz ehrlich, da ist unsere Zelle. Meine Güte, ey. Wie siehst du hässlich aus? Kannst du den ranzoomen so? Weißt du mal, ich glaube, Pfeiltaste nach oben oder so? Naja, ich kann so. Ich glaube, bitte machen. Tja, hallo, bin ich ein, 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 bin ich ein. Pui, na. Wer macht das kein Zwillig zu drüber? Das ist ein ganz armer Männchen hier. Und das sieht, das sieht, bäh, äh, äh. Boah, da geh ich aber mal nicht rein. Wer ist das denn? Probleme mit dem Blinddarm? Wer lösen die? Ja, das war eine Magen-Darm-Gruppe, glaube ich. I! Hallo? Nein, nein. Nein, nein. Nein. Would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver, they are yours. Ja, das war. Hallo, hier ist ein, der Kapitän. Ihr seid ja komische Kerle. Wir brauchen nämlich die Nachtsie ohne Nachtsie. Kann ich nicht. Ähm, ich gucke mal ganz kurz in die Option. Ich weiß ja nicht mehr, wie man die Nachtsie aktiviert. Es ist einfach schon lange her. Ähm, äh. Ja, super. Ähm, äh, äh, äh. Controller. Äh, äh, äh. Okay. Da steht es doch. Batterie aufladen, benutzen Sie, springen. Nachtsicht einordnen. Ja, ist doch wohl klar. I. Was war denn jetzt Nachtsicht? Hier. Rein drücken. Einfach rein drücken. Sputte schön. Ja, so leicht ist es, aber so schwer es nachzuvollziehen, wenn wir uns so lange nicht gespielt haben, ne? Sie sehen, wie Sie einen guten Ort gesehen haben. Ein Raum, allein. Geh mir auf. Die Brüder, schwanneig. Olek und Wollek, schwanneig. Entschuldigung. Schww und ans. Was ist das Schww und ans? Sie werden Ihnen sagen, es ist Wissenschaft, aber es ist nicht. Sie waren für uns wundervollziehen. Sie waren für uns in diesem Bereich, in diesem Millionen versteht. Hör mal, das muss ich aufnehmen, ich bin Entschuldungsjournalist, hör mal. Das ist doch das, was die Welt sehen will. Hallo. Oh Gott, der Typ, ey, das gibt's doch nicht. Oh Freund, was tust du denn da? Wegen Kopfschmerzen hältst ein Aspirin. Der läuft von Ast zu Ast, wisst, ne? Alter, ist recht klar. Ich glaube, wir mussten irgendwo hier rein, das weiß nicht. Oh, ist so. Ah! Mann! Mann, oh, das ist aber auch nicht witzig. Echt. So, wenn jemand da rumläuft und sagt, ha 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 ha, hey, voll toll. Wir haben sogar mit richtig als Soundpolisier. Ja. Ich glaube, in irgendeiner Raum muss die, glaube ich, in irgendeiner irgendwo raus, oder? Ähm. Ja, guck mal. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass diese zwei Nakedai-Brüder, die wollen uns essen, ja? Ja, die Nakedai-Brüders möchten uns gerne essen. Aber wir sind da. Oh, im Nester Schock, alter. Ich kann nicht. Ich kann sie überhaupt nicht sehen. Sie sind in meinem Blut und sie wollen raus. Naja, ich bin noch mal nach oben. Wollen wir noch hin. Ich bin noch mal nach oben. Sind sie wieder? Wir sind wieder- Wir sind wieder. Wir sind wieder. Schwe- und Anz. Weißt du was? Ich gehe mal lieber weg von euch. Ihr seid mir nämlich ein bisschen zu groß weg. Ist auch noch da? ich bin schon mit einer einzig durch, jetzt rennst du, das weiß ich auch noch immer Freunde, ihr könntet mich vielleicht auch mal rauslassen Guck dir mal, die sind aus wie die Gebrüder Oh tatsächlich, die sind wirklich nackig Ja, was dachtest du? Ich dachte, ich hätte mich verguckt gerade Ich wollte ja nicht so, ne? Was war das denn? Hast du gesehen? Da hat dir einer geschubst Ja, ja Wenn du dem zu nah kommst Ja, schubsi Hey, schubsi Wenn du dem zu nah kommst Die Batterien hast du aber eigentlich noch Das sind wir leider nicht, weil oben nämlich das Twitch-Video steht Hallo Ja Okay, da war der eine Schreckliche drin, ne? Ja, ja, da kommst du nicht rein Nö, der steht ja noch an der Seite Ja 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 村